Musik So sah sie aus, die zweite sogenannte Arschbomben-WM. Im Kaifubad in Hamburg stürzen sich die Athleten unter viel Beifall ins kalte Nass. Doch wie kommt man eigentlich zum Splash-Diving? Also ich habe das so gesehen von meinen ganzen anderen Freunden her und da habe ich mir gedacht, probier es mal aus. Und ich habe dann halt daran mein Interesse gefunden und ich werde es halt auch immer weitermachen. Es macht mir auch ganz viel Spaß. Es sind zwar ein bisschen Schmerzen, wo man da beitragen muss, aber es macht Fun. Das mit den Schmerzen musste auch folgende Athletin erfahren. Ja, ich bin auf die Rippen geknallt vorne. Ja, es hat ein bisschen wehgetan, aber sonst ging es. Am meisten schmerzlindernd wirken da natürlich gute Noten von den Kampfrichtern. Und worauf achtet das Kampfgericht bei den Sprüngen genau? Auf die Ausführung des Sprunges wird er so durchgeführt, wie er angesagt wurde und sind die Landungen so, wie sie vorgegeben sind. Wenn ich sehe, dass die Landung in irgendeine Richtung kippt oder nicht 100% in Ordnung ist, dann werden dann die Punkte runtergezogen. Die geringsten Punktabzüge bei den Junioren erhielten Sarah Hiedlmeier, die übrigens auch das Einzel der Damen gewann, und Stephen Haagater. Fühlt man sich als nochmal Weltmeister im Splash-Dubbing? Ist ganz kribbelig in den Wellen, man zittert überall und ist aufgeregt. Ziemlich aufgeregt, ja. Und wie feierst du jetzt deinen Weltmeistertitel? Ich denke, ich mache erstmal einen Truff. Vom Start des Finales im Einzel der Damen und Herren wurde auch einer Truff gemacht. Und dann kamen sie, die Athleten. Jeder mit einem anderen Grund, warum gerade er Weltmeister wird. Weil ich den Kornhaut am Arsch habe. Ich wollte nicht Deutschland werden. Warum wirst du Weltmeister? Sein Stahl ist. Ich bin der Ball und Kornhaut. Ich bin der Ball und Kornhaut. Ist sehr geil. Ist sehr geil. Doch geil sein alleine reicht nicht, um Splash-Diving-Weltmeister zu werden. Hier kommt es auch auf Mut und die richtige Technik an. Doch was braucht es, um überhaupt auf die Idee einer Splash-Diving-WM zu kommen? Ich bin 2003 in den Biergarten gegangen und ich hatte wie auf einer inneren Leinwand dann das Gesamtkonzept vor Augen. Bin damals mit meinen Kumpels dann schlicht und ergreifend, habe ich mich verabschiedet und bin nach Hause und habe es eigentlich auf einem weißen Blatt Papier niedergeschrieben. Und das Besondere daran ist, dass eigentlich jetzt eine ganze Welt, eine Splash-Diving-Welt entstanden ist. Zu dieser Welt gehört mittlerweile nicht nur der verrückte Fan oder der begeisterte Nachwuchs. Ich kann richtig gute Arschbomben machen, weil eben dabei in einer habe ich so eine große Arschbombe gemacht, dass sie drei Meter hoch war. Sondern auch das spektakuläre High-Diving von bis zu 30 Metern Höhe. King of Splash-Diving wurde übrigens zum zweiten Mal in Folge Christian Gut alias Elvis. Das ist schon der. Ja, echt. Ich denke, ich brauche erst noch ein bisschen, um das Ganze so ein bisschen zu raffen, weil ich jetzt doch meinen Titel wieder verteidigt habe. Und wie wird jetzt gefeiert? Mal gucken. Vielleicht gehen wir nochmal auf den Kiez oder ein bisschen was trinken, gemütlich, zusammen mit den restlichen Leuten, die noch da sind. Ein bisschen den Wettkampf schön ausklingen lassen und dann morgen früh wieder heim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017